Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die Silberne Edition. Wir sind hier im Scheinreichenwald und schütteln Bäume. Vielleicht schreckt der Pokémon in diesem Baum. Nein, nichts. Aber wir gehen natürlich auf Nummer sicher. Ist da wirklich ein Pokémon drin? Ja, wirklich nicht. Okay, aber hier am Boden ist ein Pokémon. Ein... okay, in der Luft ist es. Ein Zubat, Level 6, weiblich. So, erstmal eine Kopfnuss. Wie sieht es in diesem Baum hier aus? Nichts. Wieder nichts. Und auch hier nichts. Okay, dann gehen wir... ...weiter. Machen wir mit dem hier weiter. Da ist eines drin. Hat sich beim ersten Mal nur gut festgehalten. Ein Hornew. Level 10, weiblich. Nein, das schafft Togepi nicht. Wächse wir auf Hut-Hut. Schnabel! Dann geht es hier weiter. Nichts. Doch! Ein Hornew. Who tut es schon Gabe? Dann lieber Fisenior. Wie, Senior? Ruck-Zuck-Hieb! Ein Volltreifer sogar. Nichts. 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 Aber hier haben wir etwas. Ein Myrapler. Der mit 5 weiblich. Das schreit nach einer Kopfnuss. Und das nächste war der Pokémon. Ein Myrapler. Level 5, männlich. Die nächste Kopfnuss. Die nächste Kopfnuss. Und das nächste Pokémon, das vom Baum fällt. Ein Hornew. Level 10, weiblich. Das darf dann wieder Visenior übernehmen. Mit einem Ruck-Zuck-Hieb. Und einem Volltreffer. Und einem Volltreffer. Hier ist nichts. Ein Oweil, Leute, fällt vom Baum. Es ist ein Level 10, männliches Oweil, fällt vom Baum. Na super, Bauch. Wechseln wir auf V-Senior. Hypnose. Wir machen ein Niedler. Wir machen ein Niedler. Es ist aufgemacht. Das könnte ein Niedler. Das könnte ein bisschen dauern. Das könnte ein bisschen dauern. Dieses Oweil ist stark. Oder hält viel aus. Das Rest. Und es trifft jetzt nicht mehr. Reflektor schwindet auch, dann Tackle. Ach, das könnte der Effekt vom Reflektor gewesen sein. Dann geht es hier weiter. Noch ein Oweil. Zwei hintereinander. Wir beziehen weiblich. Nur ein Punkt Schaden, das gefällt mir. Fünf Treffer, gefällt mir hingegen nicht so gut. Ja, also es lag am Reflektor. Das war ein Vortreffer. Da ist der Reflektor. Und V-Senior schläft halt wirklich ganze fünf Runden, Leute. Aber jetzt müsste es dann wieder aufwachen. Nein? Es schläft sechs Runden. Oder habe ich mich um eine verzählt? Endlich aufgewacht. Oh, das sind nur ein oder zwei Kraftpunkte. So sieht das aus. Machen wir mit Tackle weg. Was haben wir hier für ein Pokémon im Baum? Gar keines. Ein Horn-Dew. Danke, Mann. Hier ist keines am Schlafen. Hier auch nichts. Nichts. Ja, da ist eins. Ein Horn, Liyu. Level 10 männlich. Es hat halt den Ruckzuck überlebt, Leute. Volltreffer. Dina hat es garantiert nicht überlebt. So, jetzt sind wir gleich auf der Seite vom Gestrüppter. Gestrüppter. Fertig. Ein Myraplan, Level 5. Das schafft Togepi auch alleine. Togepi erreicht über 17. Juhu. Dann können wir es... Nein, nicht Top Sports. Togepi können wir tauschen mit Visenior. Visenior. Und dann aber auch wieder mit Vati. Super. Ein Horn, Liyu, Fett von Baum. Level 10 bei... äh, männlich. More owl, Liyu. Ich bin Orkona. Oh, nein. span die Hensinior. Ein Horn, Liyu. Sehrilia mal. Einuargas. Und dann wird die Hensinior. Der Super. Überall nicht. Dann wird das γadora geschmator. In der sao? Schön Annette ruft doch mal an Guten Abend, Winder Hier ist Annette Passt du noch auf? Wie geht es an den Pokémon? Ich halte mein weibliches Niederanen Topform, in dem ich regelmäßig Pokémon Center besuche Stell dir vor, was passiert ist Ich habe es schon wieder nicht geschafft Einen Felino zu fangen Vielleicht bin ich einfach zu schlecht Ach, Ivo Das kommt schon noch Bye, bye Nein, nichts Dann den hier noch Wieder nichts Dann sind wir jetzt auf dieser Seite fertig, Leute Zerschneiden wir den Baum Nachdem wir das Zubat besiegt haben Level 6, Männlich 9 Pe внутри 9 Pe في 5 8 Pe uit Nein, eigentlich wollte ich mich gerade umdrehen. Jetzt. So, und damit haben wir auch den... die Pflanze hinter uns gelassen. Ein Zubat nochmal. Level 6 weiblich. Ein Bibor. Das ist ja perfekt, dass Vati gerade da ist. Level 10 männlich. Vati. Donnershock. Müsste eigentlich effektiv sein. Vati wäre mit dem nächsten Angriff besiegt und könnte aber es nicht besiegen. Na dann kann ich mal an, du bist dran. Das ist echt schade. Vati war offenbar schon zu angeschlagen. Das ist ja mal geil. Zweimal Angriffskraft erhöht. Super, also das gefällt mir jetzt schon stark, Leute. Haha. Hier haben wir keines. Nein. Ja. Ein Horn-Liu. Das hält Vati leider nicht aus. Also wechseln wir auf V-Senior. Das läuft. Genau. Ein Ohrbein! Level 10 Männlich! Erstmal Einigler! Das war ein Volltreffer! Fünf Treffer insgesamt! Dann erstmal ein Zerschneider! Ja, dann macht es gleich Reflektor! Dann einen neuen Zerschneider hinterher! So, Leute! Damit ist die Zeitaufschub wieder um! Wir sehen uns dann morgen wieder in der goldenen Edition! Ciao! Ciao!